Kabinengeflüster, der Handball-Podcast aus dem Medienhaus meint ich, präsentiert von Green Monkey. Und damit herzlich willkommen. Wir sind wieder da, Folge 57 von Kabinengeflüster, präsentiert von Green Monkey. Und ich befinde mich hier Mittwochabend, regnerischer Mittwochabend, in Großzimmern. Und zwar bin ich bei Christo Göbel zu Gast. Hallo Christo. Ja, hi. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Cool, dass das klappt. Ja, die Aufnahme machen wir ja sonst immer am Wochenende. Aber weil ich, naja, ich bin dankbar, dass es Wochenende frei ist erstmal bei uns. Deswegen geht es dann nach Wien für mich. Ein kleiner Kurzurlaub. Deswegen nehmen wir heute schon am Mittwoch auf. Erstmal vielen Dank, dass du mich hier um die Uhrzeit begrüßt. Kein Problem. Sehr schön. Ja gut, Christo, bevor du dich selbst vorstellen darfst, das mache ich so immer mit meinen Gästen. Wie geht es dir? Soweit. Eigentlich alles gut. Wochenende, das letzte, hätte besser laufen können. Ich denke mal, da werden wir noch drauf kommen. Denke ich auch, ja. Müssen wir, zwangsläufig. Nee, aber ansonsten, außer den kleinen Blessuren, die man so hat, passt eigentlich alles. Ich habe ja von, ich glaube, das war vor zwei Wochen, oder war es das? Nee, das vorletzte Wochenende, genau, war ich ja sogar in der Halle bei euch. Habe ich mir das Spiel angeguckt von euch gegen Großumstadt. Ja, genau, gegen Umstadt. Genau, und ich weiß auf jeden Fall, was du meinst mit deiner Spielweise. Es ist dann, glaube ich, normal, dass dir ab und zu mal was wehtut. Gehört dazu, man gewöhnt sich dran. Du meintest, du hättest eigentlich Jugendtraining gehabt. Du hast es verschoben. Was für eine Jugend trainierst du? Die D-Jugend. Ja, in Zimmern auch? In Zimmern, genau. Habe ich jetzt, ja, doch seit der Saison bin ich da jetzt mit dabei. Und D-Jugend, wie alt sind die Kids da? Elf, zwölf? Die müssen elf, zwölf sein, genau. Okay, und wie stellst du dich an als Trainer? Mittlerweile glaube ich eigentlich ganz gut. Am Anfang, ja, so ein klassisches Imposter-Syndrom. Kann ich das überhaupt? Was macht man? Dann informiert man sich. Aber dann, die Jungs, die haben Bock auf Handball, die machen das einem recht leicht. Ja, und es gibt ja immer so, ich meine, du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre im Handballsport dabei. Du hattest mit Sicherheit auch schon den einen oder anderen Trainer. Da gibt es ja immer so verschiedene Trainertypen, ne? Der ruhige, dann auch mal welche, die eine etwas kürzere Zündschnur haben. Was bist du da für einer? Ich bin schon eher ruhig, also auch so generell von meinem Typ her. Klar, die Jungs, die sind jetzt in so einem Alter, da sind sie dann auch mal, da hören sie nicht zu, da machen sie mal das. Da muss man dann auch mal kurz ein bisschen lauter werden. Aber es ist jetzt ohne 20 Runden und 50 Liegestütze, das klappt schon so auch. Also ich bin auch der Meinung, nur Strafe, da drehen sie dann auch irgendwann einfach auf stur. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also ich hatte auch schon, gerade in der Jugend, ich meine, okay, ich hatte die meiste Zeit nur einen Jugendtrainer. Ich habe ja in Barmhausen die Jugend verbracht und das ist ja auch schon ab und zu mal Thema geworden dann damals. Da haben wir, glaube ich, mal ein Freundschaftsspiel gehabt gegen die JSG Wallstadt oder so und haben mit zehn Toren gewonnen. Und zehn Tore hört sich halt erstmal super an, aber der Trainer war überhaupt nicht zufrieden gewesen. Dann hat er gesagt, gut Jungs, Montag, Dienstag will ich euch nicht sehen, habe das Training gestrichen und Mittwoch dann zum Straftraining. Da freut man sich. Alter, und der Ante Pallas, ich weiß gar nicht, ob du den kennst, hat er uns da mit so Kisten, hat er uns die Kisten auf den Kopf gegeben, diese kleinen Dinger, die immer in der Halle sind. Und dann sind wir immer, einen Achterlauf haben wir dann gemacht, die Diagonale immer sprinten und die Parallele normal laufen. Und das haben wir dann, was weiß ich, wie lange, mit 14, 15 hat er uns da durch die Halle gejagt. Ja, der bleibt dann auch noch der harte Kern da, vielleicht ist das auch was Gutes. Das war dann auch wirklich so, ja, da gab es eine Zeit, da wurde in der E-Jugend, D-Jugend, wurde dann auch an der Schule bei uns in Barmhausen so rekrutiert, sag ich mal, wo die dann die ganzen Kids in die Halle gelotst haben. Und da waren wir dann irgendwann, was weiß ich, 40 Kinder. Ja, und da gab es eine E-1 oder D-1 und D-2. Aber bis zur C-Jugend waren dann schon, waren die meisten dann schon weg, ja. Das ist vielleicht auch die Idee dahinter, ne. Man weiß, man verliert bis dahin eh viel, dann holt man nur alles, alles, was laufen kann, holt man ran. Ja, gut, und die Talentierten, die Disziplinierten bleiben dann dabei, ja. Ja, die haben Spaß, die bleiben dabei. Ja, gut, das soll jetzt auch nicht so klingen, als hätten wir da öfter so diese Straftrainings, die konnte man dann an einer Hand abzählen, so oft hatten wir die. Also, das war dann auch, ich weiß gar nicht, wie warst du so in der Jugend, warst du so ein kleiner Bescheißer, wenn es dann um Bestrafung geht? Also, wenn du sagst, zehn Liegestütze, hast du dann nur acht gemacht, oder? Ja, es geht, also ich bin schon auch eher der Artige, mache da schon immer meine Übungen. Aber zum Beispiel, ja, ganz klassisch, ne, X und Y, ja, auch ganz, ganz viel gemacht. Und irgendwann habe ich angefangen, mal ein Schweißband zu tragen, nur eins. Und dann habe ich gemerkt, ich kann mein Handgelenk so ein bisschen anwinkeln und dann schiebe ich quasi mit dem Schweißband über den Boden. Es sieht so aus, als hätte ich den Arm oben. Da habe ich dann immer mal ganz gerne mal ein bisschen geschummelt, aber sonst nur so der Klassiker. Wenn der Trainer mit dem Rücken zu einem steht, dann macht man so viel, wie man halt muss, dass es nicht ganz auffällig ist. Und dann, aber das ist ganz lustig, weil das merke ich jetzt gerade auch, die Jungs machen das natürlich auch bei mir. Die Kinder, ja. Und ich habe dann, glaube ich, jetzt sogar gestern im Training gesagt, Jungs, ich war auch mal so alt wie ihr und habe Handball gespielt. Ich sehe, wenn ihr nichts macht, ist für euch, tut euch einen Gefallen und macht die Übung. Ja gut, dieses ist für euch, dieses ihr macht es für euch, das funktioniert, glaube ich, dann so, wenn die Jungs so 16, 17, 18 sind, glaube ich. Aber ich glaube, mit 11, 12, da verstehen die das noch nicht, dieses ihr macht es für euch. Da geht es eher um Spaß, das ist ja auch wichtig. Die sollen dranbleiben, die sollen Spaß haben. Ja gut, jetzt mit der Handball-EM, da entsteht ja meistens auch nochmal so ein Hype. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du dann in der Jugendarbeit bei Zimmern dabei bist, aber kommt das dann auch mal vor, dass dann jetzt nach so einem großen Turnier, jetzt auch in Deutschland, dass dann ein paar mehr Kids dann vorbeikommen oder? Also ich habe jetzt davon direkt nichts gemerkt, zumindest bei mir. Wir haben zwei, drei Zuläufer noch so, die waren aber tatsächlich vor der EM schon. Ich müsste mal in den jüngeren Jugenden gucken, da sind es tatsächlich sowieso auch recht viele jetzt wieder, zum Glück. Wir hatten auch jahrelang keine Jugendarbeit mehr. Eigentlich war, glaube ich, meine Jugend die letzte, die wirklich auch noch, zumindest bis zur A-Jugend, dann noch gut gespielt hat. Und da ist ja auch schon ein bisschen was her. Also da bin ich ganz froh, dass da jetzt viel ist und hoffe, dass über die EM und so, dann ist ja auch, EM ist ja auch bald wieder in Deutschland. Ja, 27 glaube ich. Aber hoffen wir mal, dass wir da auch wieder gut was aufbauen können. Absolut. Es gab wirklich eine Zeit, die habe ich dann auch so ein bisschen mitverfolgen können. Ich kann dann immer nur von Babenhausen sprechen, meinen Heimatverein. Da gab es dann auch mal eine Zeit, wo dann auf einmal keine B-Jugend da war oder keine A-Jugend, weil halt nichts mehr nachkam. Also das ist dann schon hart. Ich meine, du hast es mir gerade vor der Aufnahme schon erzählt, dass du dann auch zwangsläufig mal den Verein verlassen musstest, ja, in Zimmern. Ja. Kommen wir auch noch gleich darauf zu sprechen. Aber jetzt erstmal genug Smalltalk. Jetzt mal zu dir. Für die Zuhörer, die dich nicht kennen, stell dich doch gerade einfach mal selbst vor. Ja, hallo. Ich bin Christoph Göbel, bin 25 Jahre alt, habe in Großzimmern auch das Handballspielen angefangen, war dann in der Jugend mal kurz auch in Babenhausen, sag ich schon, in Bachgau für ein letztes Jahr A-Jugend. Parallel dabei habe ich dann in der ersten Herren schon mitgespielt in Zimmern. War dann mal kurz in Niederroden, zwei, also in der Landesliga-Mannschaft und bin jetzt seit, das müsste jetzt die dritte Saison sein, wo ich wieder hier bin. Ja. Dann spiele ich jetzt hier wieder in der EZO-Oberliga. Genau. Ja gut, ich hatte dir ja im Laufe der vergangenen Woche schon geschrieben und da war dann ganz souverän mit drei Minuspunkten auf dem ersten Platz. Ja. Jetzt, ich weiß nicht, ob es meine Schuld war, ich hoffe nicht. Ich hatte dir dann geschrieben und zack kam das Spitzenspiel gegen Odenwald und da seid ihr ja ganz schön unter die Räder gekommen, mit elf verloren. Ja. Ihr seid aber trotzdem noch zumindest, was die Minuspunkte betrifft, der Punkt gleich mit Haibach an der Spitze. Ja, das stimmt. Aber was war da los gegen Odenwald? Ja, das war so ein Tag, wo wirklich nichts gelaufen ist bei uns. Also ich möchte jetzt den Unwählern da nichts wegnehmen, die haben das gut gespielt. Wirklich kann man nichts gegen sagen. Wir haben es denen aber auch teilweise echt leicht gemacht. Also ich glaube, der Trainer hat jetzt gestern gesagt, an die 30 Fehlwürfe. Gut, ne, hält ein Torhüter was, ist ja in Ordnung, aber 30 Fehlwürfe, dann technische Fehler auch noch im zweistelligen Bereich in die Richtung. Da kannst du kein Spiel gewinnen. Da kannst du kein Spiel gewinnen. Ich habe so oft die Latte abgeworfen oder auch ein Torwart, der schon im Eck stand, wo du dann denkst, okay, im normalen Spiel geht er dann vielleicht mal rein. Und wir sind so ein gutes Mannschaftsgefüge, wenn einer einen schlechten Tag hat, dann machen alle mit. Das ist wirklich, wirklich gut von uns. Ich hoffe, der Trainer nimmt es mir jetzt nicht übel. Ja gut, man muss so eine Niederlage auch mal mit Humor nehmen. Es ist halt so, die waren da besser, könnte man nichts machen. Ja, manchmal gibt es so Tage. Also bei uns, ich hatte am Wochenende auch ein Spiel, Sonntag gegen die zweite Mannschaft von der HSG Wetzlar. Und da haben wir auch überraschend, muss man sagen, Komplimente an Wetzlar. Die haben das wirklich, die waren super auf uns eingestellt und wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Und am Ende auch dann zu Hause verloren, was so nicht eingeplant war. Und wir hatten, kann ich an der Stelle mal erzählen, wir hatten im Januar, als wir wieder angefangen haben zu trainieren nach der Winterpause, hatten wir so einen kleinen Trainingstag und da wurde ursprünglich, sollten wir nicht kicken zum Aufwärmen in der zweiten Einheit. Und da musste man überlegen, ey, da Wochenends, du hast schon einmal trainiert, die zweite Einheit dann, dann wird nicht gekickt, da kommst du ja nicht richtig in den Ballon. Nee, da wirst du nicht warm. Da haben wir mit dem Trainer einen Deal ausgehandelt, da wird dann immer, ja, da schickt die Mannschaft meistens mich vor, ich bin dann derjenige, der verhandelt mit dem Trainer. Genau, und da haben wir halt gesagt, okay, pass auf, bis Ferndorf, das ist der, ich glaube der achte, dritte, spielen wir gegen Ferndorf, bis dahin verlieren wir kein Spiel mehr, oder nee, holen wir sieben zu eins Punkte, sowas, glaube ich, also ein Unentschieden hätten wir uns, glaube ich, erlauben dürfen, aber dafür kicken wir heute. Wenn wir es nicht schaffen, wenn wir verlieren, dann fällt ein Wochenkick weg, jetzt kicken wir dienstags nicht mehr, von daher, ja, dementsprechend war auch die Stimmung am Dienstag im Training, muss ich sagen, also es war wirklich klar, das Kicken hebt schon immer die Stimmung. Aber da machen wir uns nichts vor, also wenn gekickt wird, da hast du viel mehr Bock, dann, oder du kommst besser ins Training rein, sagen wir mal so, kickt ihr jedes Training? Wenn wir gewinnen, dann dürfen wir kicken, für mich auch eine gute Regelung, finde ich, also ich bin jetzt auch nicht der begnadeste Fußballspieler, also muss der nicht immer von Team Alt 20 Tore eingeschenkt bekommen, gefühlt. Ach, ist Alt so dominant bei euch? Überwiegend, ja, also da sind Team Alt, wenn die richtigen Leute da sind, sowieso, dann ist das echt eine solide Mannschaft, die könnte man auch mal auf so gute Turniere mal schicken vielleicht. Gibt dann so Tage, da hat Team Jung dann auch mal Glück und da gewinnen wir dann auch, aber das im Monat einmal und dann. Okay, aber krass, dass du Team Jung bist, bei uns, ich bin in der Mitte von Team Alt, würde schön fast sagen, ja. Ich rutsche zur Zeit ab und zu zu Team Alt mit rein, weil wir jetzt zum Glück auch ein paar B-Jugendliche dabei haben tatsächlich, die uns ein bisschen aushelfen. Ja. Ja, das ist, wie vorhin schon angesprochen, wenig Jugend nachgerückt bei uns, dadurch bin ich mit 25 noch oft bei Team Jung. Krass, ja, krass. Ja, das stellt einen dann doch mal manchmal vor heraus, vor ein paar schwierige Situationen, so mit Trainingsbeteiligung dann. Gut, du sprichst die Trainings, wie oft trainiert ihr eigentlich? Ja, zweimal die Woche. Zweimal die Woche. Und da fehlen dann ab und zu auch noch ein paar Leute oder was? Ja, wir haben nicht den größten Kader und halt, so wie es bei uns damals war, war es halt immer so, dass aus der RA-Jugend dann halt, ne, trainierst du mit und dann waren wir immer, also damals waren wir immer 14, mindestens eher mehr zur Zeit. Wir sind immer froh, wenn wir 14 sind. Okay. Das merkst du dann halt schon, ne. Also ein Spiel zum Schluss tut ja auch immer ganz gut. So auch fürs Einspielen einfach, das fällt ja immer ein bisschen schwierig, aber. Ja gut, das ist nun mal so, dann in, sag ich mal, den Klassen, Bezirks-Oberliga, Landesliga. Ja, klar. Also wenn du eine Mannschaft hast, wo der ein oder andere dann berufstätig auch, also natürlich berufstätig ist, aber dann so eingespannt ist, dass er auch das Training nicht wahrnehmen kann, das kommt immer mal wieder vor und stellt so einen Trainer natürlich auch immer mal wieder vor Herausforderungen. Ja, das auf jeden Fall. Also ich, ja gut, damals bei uns in der Jugend war es dann auch ab und zu mal so, dass ein paar weniger da waren oder, boah, ich war dann in der A-Jugend, war ich in einem DHB-Stützpunkt, also das so, der hat in Großweistadt stattgefunden damals und da waren dann am Anfang, boah, 99er Jahrgang, 98er Jahrgang, 97er und 96er Jahrgang, die Besten, die hier so in der Gegend spielen, haben dann da miteinander trainiert und das war am Anfang die ersten drei Wochen, boah, war das geil. Also ich kam dann da hin als Jüngster sozusagen mit den anderen 99ern noch und hast dann mit so Konsorten zusammen trainiert wie Patrick Gemp, Felix Spross, Tobias Jörg, also die waren damals ja schon in der A-Jugend schon mit das Beste, was es so gab und ja, irgendwann sind die dann halt langsam dann gegangen und irgendwann waren es dann 99er, 2000er und jünger und da waren wir vier, fünf Leute im Training, ohne Scheiß, so ein DHB-Stützpunkt, wo du dann gedacht hast, ey, dann blast den Kram doch hier ab, also das bringt mir jetzt auch nichts, ich könnte im Verein mit trainieren. Ja, aber ich meine, mir hat der Heiko Karra, der hat den damals, der Trainer von Aschaftal ist das, der Heiko Karra, der hat den damals betreut, diesen DHB-Stützpunkt und ja, ich habe mich sehr, sehr gut mit dem verstanden und da wäre es dann auch, nee, das habe ich nicht übers Herz gebracht, dann da zu ihm zu sagen, ey, nee, das bringt mir nichts. Ja, dann wäre es noch einer weniger. Ja, dann wäre es noch einer weniger, ne, und dann bin ich gerade auch als Torhüter, ich war dann meistens auch der Einzige und dann, ja, war das dann damals immer ein bisschen schwieriger, ja, Trainingsbeteiligung, gut, ist halt, da wurde ich immer so ein bisschen in der Jugend auch, da sind wir wieder bei meinem alten Trainer, da hast du dich gar nicht getraut abzusagen, muss ich sagen, ja, also wenn ich da angerufen habe und irgendwie wusste, okay, ich kann jetzt nicht ins Training kommen oder ich möchte nicht ins Training gehen und mal blau machen, das habe ich mich gar nicht, das habe ich mich gar nicht getraut, ja, damals. Hast du mal blau gemacht in der Jugend? Nee, nicht, dass ich mich jetzt daran erinnern könnte, also da war ja dann eher mal die Gefahr, dass man mal nicht in die Schule wollte, da mal so ein bisschen gekränkelt hat und dann hat die Mutter gesagt, gut, dann geht es heute Abend aber auch nicht ins Training und dann auf einmal ging es einem dann doch wieder ganz gut, aber damals hatte ich noch Lust. Da hattest du noch Lust auf Training, mittlerweile ist es nicht mehr so. Nee, ist alles gut, ist ja auch, also zweimal die Woche, das tut ja auch keinem weh. Dann kann man da schon hingehen. Zweimal die Woche, ja, hast du schon recht. Wir trainieren aktuell fünfmal die Woche, habe ich mich auch schon wieder daran gewöhnt. Davor habe ich, in Großvallstadt haben wir sieben bis achtmal die Woche trainiert, dann montags und dienstags frühs, mittwochs auch ab und zu mal frühs und dann, da kann ich dir sagen, das tut einfach nur noch weh irgendwann. Gerade in der Vorbereitung. Das glaube ich, ja. Gerade in der Vorbereitung und da haben wir morgens, montags 10 Uhr morgens Kraft, 16 Uhr Handball. Dienstag frühs auch in die Halle und da sind wir mit einem Zirkel reingestartet, wie man das halt so dienstags frühs um 9.30 Uhr macht. Dann eine Stunde Schusstraining. Ich meine, wir waren, ich glaube, 14 Feldspieler. Jeder zehn Würfe. So, das war dann auch dementsprechend anstrengend. Mittwochs frühs dann nochmal Kraft, mittwochs Nachmittags Halle. Gut, dann war Mittwoch und du hast schon sechs Einheiten hinter dir. Ja, ist schon ein Pensum dann, ja. Das war dann wirklich, da bist du dann halt auch froh, wenn dann öfter gespielt wird und auch unter der Woche. Dann wird auch weniger trainiert und dann, das war dann schon, das war dann schon ganz schön. Ja, gut, jetzt aber wieder zu euch. Vor dieser Packung gegen Odenwald gab es ja wirklich acht souveräne Siege in Folge. Ihr seid ja jetzt auch noch immer noch im Aufstiegsrennen, hatten wir auch schon gesagt. Ist denn Aufstieg das klar formulierte Ziel? Klar formuliert ist das nicht so jetzt wirklich. Wir versuchen es auf jeden Fall, sag ich mal so, wir wollen kein Spiel verlieren. Das trifft es natürlich besser. Und wir gucken, also so eine Meisterschaft, die wird sich da schon ganz gut einfügen mal. Sind jetzt die letzten Jahre öfters knapp gescheitert. Ja gut, also die letzten Jahre war da dann auch immer mit oben dabei? Ja, ja, also ich glaube, wir waren, ich glaube, fast immer Zweiter. Oh, das Vizekusen der BOL. Ja, ja, man hat da auf Malle auch schon den einen oder anderen Namen dann mal gehört. Oder HSV des Handballs oder irgendwie sowas ist da mal durchgegeistert. Ja, das ist natürlich bitter. Aber ich meine, da sind ja noch immer Mannschaften aufgestiegen mit Aschaftal, die jetzt auch echt souverän da in der Landesliga schon stehen. Und Obernburg im Jahr davor, das sind ja auch wirklich Top-Mannschaften. Ja. Wir waren auch eine gute Mannschaft, aber da hat es dann halt gefehlt. Und deswegen wäre natürlich schön, wenn wir das dieses Jahr packen. Ja, dieses Jahr sieht es ja wirklich gar nicht so schlecht aus. Also ihr spielt jetzt, meine ich, gegen, ich habe es hier stehen, wo war denn das? Bin ich bescheuert? Weißt du es? Ja. Also die Woche ist ja frei und danach spielen wir gegen Hörstein. Genau. Und dann kommt das Spitzenspiel. Dann kommt das nächste Spitzenspiel in Haibach. Das wird ja schon sowas fast wie ein Endspiel, kann man schon fast sagen. Ah genau, Hörstein hier steht es, ja. Zwischendurch erstmal ein Vorentscheid um den ersten Platz, das stimmt. Genau. Vor solchen Top-Spielen, was bist du da so für ein Typ? Beschäftigst du dich da eher schon viel mit dem Spiel und lässt da auch so eine gewisse Anspannung zu oder lässt du da überhaupt gar keinen Druck an dich ran? Ich versuche eher ohne Druck da ranzugehen. Ja, so mit dem Spiel beschäftigen ist ja auch, sag ich mal, jetzt schwierig bei uns in der Liga. Man kann dir ja jetzt nicht irgendwie Videos angucken oder so. Nicht, dass ich das auch machen würde, aber als ich in der Landesliga war, in Niederroden, da gab es ja dann auch schon diese... Sportlaunch. Genau. Und da wurde, glaube ich, ganz am Anfang mal der Zugang reingeschickt und dann wurde immer gesagt, ja, guckt euch das mal an, guckt euch das mal an und dann hat es beim ersten Mal nicht irgendwie geklappt und dann habe ich mir gedacht, ach, guck mal, wie es so läuft. Und dann am Ende, als ich gegangen bin, bin ich, bin ich, ich weiß gar nicht, zu wem ich als gegangen bin, habe dann mal so ein bisschen noch so geschwätzt und dann habe ich gemeint, ich habe übrigens nie mir was angeguckt. Und ich habe gesagt, was? Dann war ich anscheinend der Einzige. Ich habe gedacht, das macht jeder so. Und dann waren da anscheinend alle ein bisschen motivierter. Videoanalyse ist immer so eine Sache. Also wenn du mit der Mannschaft guckst, dann bist du ja gezwungen, dann guckst du. Aber wer dann auch wirklich zu Hause nochmal einen PC anschmeißt und dann nochmal Video schaut. Also ich sage mal so, ich konnte jetzt auch sogar in höhere Ligen mit reinschnuppern. Da gibt es dann auch genauso, genauso welche wie dich. War schon, musst du ja dann wieder Runden fahren, dreimal die Woche und das hat mir dann schon gelohnt. Ach, das war schon viel. Das war schon viel. Das ist schon zu viel, ja. Nee, ich sage mal, zu dem Zeitpunkt hätte ich jetzt auch, glaube ich, nicht wirklich so Sachen erkannt, bin ich ja mal ganz ehrlich. Weiß nicht, ob ich da so für mich die richtigen Schlüsse gezogen hätte. Klar, so eins, zwei Spielzüge, die hätte ich erkannt. Ja, aber dann so wirklich so. Ja gut, was ist so eine Position, denkst du, im Innenblock? Überwiegend im Innenblock, ja. Also auch auf halbe, aber da kann man jetzt nicht, dass du das machen solltest oder so. Aber da kann man sich dann auch schon mal die Spieler anschauen, die gegen einen dann auflaufen und mal. Klar, ich höre auf meinen Trainer einfach. Ach so, okay. Das Vertrauen ist einfach da. Nee, der sagt mir dann, oder er sagt uns dann natürlich, was die so machen. Und klar, ich kann mich ja auch ans Hinspiel jetzt erinnern, von den Haibachern. Ja, doch. Wie ist denn das ausgegangen? Ja, unentschieden. Unentschieden? Ganz dämlich von uns. Ich glaube, wir hatten mit sieben Toren geführt oder so. Oh, okay. Ja, das war ein verlorener Punkt, das kann man nicht anders sagen. Ja. Außer ich habe das jetzt ganz falsch in Erinnerung. Ja, aber ich weiß noch, ich glaube, das war letztes Jahr dann in Haibach, da ist auch immer gute Stimmung. Und das macht es natürlich auch nochmal ein bisschen spannender dann. Ja, gut, so ein Top-Spiel. Ich kenne ja den euren Torhüter, den Max, das ist der kleine Bruder von meinem besten Kumpel, vom Luca. Aber dementsprechend, ich glaube, wenn ich an dem Tag Zeit habe, dann würde es mich klenke ich auch mal nach Haibach ziehen. Klar, kommst du vorbei. Gerade ist ja auch hier mein Job für den Podcast dann auch mal ein bisschen mir die Spiele anzuschauen aus der Region. Also das ist ja dann schon ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich weiß gar nicht, ich hatte aus Haibach den Niklas Jäger, glaube ich, im Podcast. Ja, der links außen. Ja, stimmt. So, jetzt aber auch nochmal, jetzt haben wir genug über euch gesprochen, jetzt soll es auch nochmal über dich gehen. Ich habe hier schon was vorbereitet, das habe ich auch vor zwei Wochen schon mit einem Gast hier gemacht, so einen kleinen Fragenhagel. Das heißt, ich stoppe die Zeit, du hast 60 Sekunden Zeit. Du kennst das bestimmt aus irgendwelchen Videos. Also so 60 Sekunden, ich ballere dich mit Fragen zu und die Antworten müssen wirklich mit Geschwindigkeit kommen und ohne groß nachdenken, einfach das, was dir in die Birne kommt. Ich gebe am besten. Und genau, immer schön ins Mikro reden, damit die Leute auch verstehen, was du sagst. Ich würde sagen, wir legen einfach los, ja. Okay. Und los. So, was war dein erstes Handballteam? Für mich selber, wo ich gespielt habe, im Kurszimmern. Ja, dein Lieblingsessen vor einem Spiel? Nudeln, Klassiker. Mit? Manchmal auch so, zur Not Tomatensauce. Ach, einfach so, okay. Wer ist dein sportliches Vorbild? Habe ich keins. Du organisierst die nächste Mannschaftsfahrt, wo geht es hin? Malle, einfach. Ballermann? Ja. Besser ist es. Dein Lieblingssport neben dem Handball? Ballermann? Football. Nach dem Spiel Eiweißshake oder Bier? Bier. Dein Traumberuf als Kind? Handballer. Der beste Spieler, gegen den du bisher gespielt hast? Luca Braun. Der beste Spieler, mit dem du bisher zusammengespielt hast? Du Schleimbeutel. Bester Spieler? Luca Braun. Du, die Schleimbeutel. Was darf auf einer Auswärtsfahrt nicht fehlen? Die Biertasche, mit dem kalten Bier. Nur noch Angriff oder nur noch Abwehrspielen? Angriff. Beschreibe dich als Handballer mit nur einem Wort. Wurf. So, die Minute ist rum. Wurf. Wurf. Wurf, wow. Werfen. Das wäre vielleicht cooler gewesen. Wurf. Meine Güte, da haut es einem recht alles aus dem Kopf raus, wenn man da so Druck hat. Ich habe die Uhr gesehen, es war nicht gut, dass ich hingeguckt habe. Ich glaube, die Antworten beim bester Spieler, gegen den und welche Spieler, und der beste Spieler, mit dem du zusammen... Ich glaube, das schneide ich raus. Das kannst du machen. Weil sonst muss ich mir wieder was anhören im Training. Weil ich relativiere das einfach. Das war der Einzige, der mir jetzt eingefallen ist, der so hoch mitgespielt hat. Wo ich so drüber nachdenke, ich habe ja auch bei Niederroden 1 mal mit trainiert. Und da waren ja auch ganz Gute dabei. Aber hast du auch mit denen dann zusammen gespielt? In Niederroden 1 habe ich nicht gespielt. Ab und zu mal mit trainiert. Hatte auch vorher nie wirklich mit Harz gespielt. Ich glaube, aber sonst hätte ich auch nie ein Tor gegen Marco Rhein geworfen im Training. Über rechts außen. Ich musste werfen. Ich konnte es nicht verhindern. An der Stelle muss ich sagen, der arme Marco Rhein. Bitte fahr vor. Was hast du gesagt? Ich musste werfen. Also ich habe einen Ball bekommen. Wollte ein bisschen Druck machen, weiterspielen. Und dann war aber die Lücke zu groß. Ich musste werfen. Gut, ich spring rein. Wollte ihn schön lang flach werfen. Und ich glaube, das hat der Marco auch gesehen. Aber dadurch, dass das Harz einfach zu ungewohnt war, habe ich kurz flach das Tor gemacht. Ich weiß nicht, ob es durch die Beine war. Ich glaube, ich glaube nicht. Nee. Aber kurz flach ins Tor. Und da habe ich mich nochmal umgedreht. Jetzt habe ich nochmal schön zugenickt. Das war, also im Nachhinein kann ich sagen, das war absolut nicht so geplant. Aber wahrscheinlich eine der größten Momente in Niederroten. Ja. Alter, aber ich kann mal sagen, Rechtshänder von rechts außen. Dann auch noch jemand, der das Harz nicht gewohnt ist. Da verstecke ich mich hinterm kurzen Pfosten, muss ich sagen, wenn ich da im Tor stehe. Das ist einfach zu gefährlich. Also ich glaube, wenn du da vor allem, du solltest dich gerade mit einem Wort als Handballer beschreiben. Du sagst Wurf. Also beschreib, siehst du dich selbst schon so ein bisschen als Wurfkuh wahrscheinlich. Ich würde diesen Begriff, ja, ja doch. Das ist ein fieser Begriff, ja. Ich kann schon werfen. Also du hast schon eine Fackel im Arm. Ja. Und dann kommt da so einer von rechts außen. Alter. Ja, und dann siehst du schon beim Abspringen, das sieht nicht so ganz geschmeidig aus. Und dann, naja, also ich, ab und zu, wenn ich mir so aus Spaß ins Tor stelle und dann springt da der eine oder andere aus der Mannschaft rein, da denke ich mir dann auch, bitte machen. Ja, ich mache das jetzt seit, was weiß ich, 18, 19 Jahren oder, ja okay, so lange stehe ich jetzt noch nicht im Tor, aber sagen wir mal 15 Jahre im Tor. Und mir geht es immer noch so. Also manchmal gibt es Leute bei mir aus der Mannschaft, wenn die reinspringen, verstecke ich mich auch noch. Kann ich verstehen, wie gesagt. Das bleibt auch so. Ja gut, du hast vorhin auch erwähnt, dass du gezwungenermaßen in der Jugend dann auch den Verein verlassen musstest. Nach Bachgau bist du dann, ne? Ja, also ich musste ihn nicht wirklich verlassen. Also ich habe quasi im Aktiven, konnte ich ja noch in Zimmern bleiben, habe aber dann das letzte Jahr A-Jugend in Bachgau mitgespielt. Okay, einfach A-Jugend-Oberliga war das dann? Genau. Das war Jahrgang 98, 99 dann? Das heißt auch mit Joel Kuhlmann? Genau, der war dabei. Marvin Paul? War der auch dabei? Marvin Paul war da auch noch dabei, genau. Niklas Hohm. Niklas Hohm, also Tim Rickmeier. Ah ja. Jetzt in Umstadt, glaube ich. Stimmt, stimmt. Tim Rickmeier jetzt in Umstadt, ja. Genau, also ich glaube, ich konnte leider nicht so viele Spiele mitmachen, weil dann natürlich die aktiven Spiele hatten dann halt Vorrang. Das haben sich dann überraschenderweise oft überschnitten. Aber ich glaube, drei, vier, fünf Spiele war ich dabei. War auch nochmal cool. Also wir sind ja auch dann Meister geworden, wenn ich mich richtig erinnere. Dachte ich auch. Also ich kann mich Hessenmeister schmücken. Ja. Mit ein paar Spielchen halt. Mit ein paar Spielen, ja gut, das ist so. Das war damals, als ich zu den Löwen gekommen bin, auch so. Da habe ich dann ein Champions-League-Spiel gemacht und ein DHB-Pokal-Spiel oder auch Bundesliga. Und dann habe ich gehofft, okay, wenn sie jetzt einen Titel holen, dann bin ich ja Champions-League-Sieger, wenn sie Champions-League gewinnen. Solange es auf Wikipedia steht, muss ja keiner nachfragen. Leider haben sie keinen Titel geholt. Das wäre auch zu schön gewesen, ja. Gut, und dann bist du, genau, die Aktiven warst du dann noch in Zimmern, aber du bist dann auch nach Niederroden, hast du gesagt. Ja. Wie kam, oder wann war das und wie kam das? Boah, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war. Ich glaube, ich habe dann zwei, drei Jahre in Zimmern gespielt. Und dann kam, irgendwann kamen immer die Anfragen, also aus der Region generell, also Babenhausen war auch mal im Raum. Das wollte ich auch gerade noch ansprechen. Ja, nee, also ich müsste, ja. Die hatten dann aber, glaube ich, im Jahr davor angefragt, bevor ich gewechselt bin. Da habe ich mich dann noch nicht so sicher gefühlt. Also ich habe ja auch später angefangen beim Handball. Also ich glaube, zweites Jahr D-Jugend, erstes Jahr C-Jugend so rum. War auch dann, glaube ich, ganz gut, dass ich mal noch ein Jahr BOL gespielt habe. Dann kam halt Niederroden auf mich zu und hat gefragt, ob ich mir den Wechsel vorstellen könnte. Und da habe ich gedacht, wenn, dann müsste ich es jetzt mal probieren, um einfach zu sehen, was so geht. Und dann habe ich das auch gemacht. Okay, und wie lange warst du dort? Ich glaube, das waren auch zwei, drei Jahre. War auch mit dann in Corona rein, also auch eine halbe Saison hier. Und dann, also so ganz genau habe ich den Überblick nicht mehr, aber so zwei, drei Jahre waren es. Ja, die Corona-Pandemie hat das alles immer ein bisschen kompliziert gemacht, ja. Und dann hast du dort in der Landesliga gespielt, ja. Genau. Ich muss mir überlegen, mit Marius Hildebrandt hat der dann im Tor gespielt. Genau, der Hilde im Tor, ja. Genau, der Hilde im Tor. Aber, ja gut, die ganzen jungen Kerle, die bestehen ja jetzt fast nur noch aus... Ich habe dem Letzt, ich gucke immer mal rein und gucke auch immer, dass ich mal zum Spiel komme, aber ich habe es irgendwie noch nie gepackt. Dann habe ich mal auf den Spielbericht geguckt und habe so ein paar Namen gesehen, die ich da noch so kenne. Ja. Zwei, drei vielleicht. Dann habe ich auch gedacht, meine Güte, da war gut, ne. Viel Jugendspieler, viele gute Spieler auch. Ich meine, die sind, die haben vor zwei Jahren, vor zwei Saisons den DHB-Pokal gewonnen. Letztes Jahr sind sie Zweiter geworden im DHB-Pokal in der A-Jugend. Dieses Jahr sind sie auch wieder nicht so schlecht. Also das ist schon stark. Das ist schon eine gute Mannschaft dann auch, ja. Schon gut, was die da machen. Und jetzt in der Landesliga sind sie ja auch... Die müssen Erster sein, ne? Die sind Erster, glaube ich, ja. Vor Bachgau, am Bachgau, glaube ich, überholt. Bin mir aber gerade wirklich nicht sicher. Also tut mir leid, wenn ich da jetzt was Falsches sage. Gut, ja, und Babenhausen, stimmt, ja. Weil ich kann mich erinnern, dass mein Vater dich, glaube ich, mal nach Babenhausen holen wollte. War es mein Vater, der dich da angefragt hat? Kannst du dich daran erinnern? Boah, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wer er angefragt hat. Ich weiß, dass der Olli müsste noch Trainer gewesen sein damals. Olli Schulz, ja. Ja, also kann schon sein, dass es vielleicht ein Vater war. Der war damals, glaube ich, sportlicher Leiter dort, ja. Und du hast gerade gesagt, dass du dich da, glaube ich, noch nicht bereit gefühlt hast für sowas. Ja, also im Nachhinein könnte man vielleicht sagen, oder würde ich mir halt auch so denken, immer erst mal auch so hoch spielen und trainieren, wie man kann. Bringt einem ja auch immer weiter, wenn man gegen wirklich gute Leute dann trainiert und spielt. Aber ja, gut. Ist jetzt so. Da habe ich damals so die Entscheidung getroffen. Ja. Hat ja auch gepasst. Und dann, irgendwann kam dann auch die Entscheidung, nach Zimmern zurückzukehren. Wie kam das? Ja, also gut, Corona kam da auch noch mit rein. Und ich hatte dann auch, geht jetzt, diese Saison geht es jetzt wieder endlich. Ich habe mit der Knochenhaut an den Schienenbeinen langen Probleme gehabt. Eigentlich kann es nicht daran gelegen haben, dass ich drei Einheiten dann hatte, anstatt zwei wie davor, weil davor hatte ich auch noch mehr mit Doppelspiel, A-Jugend und so. Das hat er vielleicht auch so ein bisschen mit reingespielt. Aber ich habe auch einfach gemerkt, ja, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht sagen, es war mir zu viel. Aber irgendwie so, wollte halt auch einfach wieder so zweimal die Woche hier mit meinen Jungs. So, das sind ja doch alles, die man schon lange kennt hier. Da hatte ich dann einfach wieder Lust drauf, da auch ein bisschen zurückzugehen einfach jetzt. Ich meine, das war mit 22, 23, also jetzt nicht so von wegen hier, ich hänge die Schuhe an den Nagel oder so, nee. Aber irgendwie hat es sich in dem Moment richtig angefühlt. Ich werde gucken, dass die Katze nicht den Stecker zieht. Nee, 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 ich glaube, das war einfach so, dass das Kabel da war. Ja, nee, und dann wurde ich natürlich mit offenen Armen wieder empfangen. Aber ich möchte auch die Zeit in Niederroden nicht missen, also es war eine coole Zeit. Ich erinnere mich auch noch an das letzte Saisonspiel vor der Saison, wo ich dann da war. Und dann hatten sie, das war der letzte Spieltag, ganz groß aufgebaut, draußen so eine Bar zum Zapfen und alles. Und dann gab es kleine Hefe. Ach, das war ein toller Abend einfach. Da habe ich dann auch den Hilde kennengelernt, falls er es hört und sich noch an den Abend erinnert. Er würde mir bestimmt zustimmen, das war ein schöner Abend. Ja, das heißt, bevor du dann dort warst, hast du schon dann die Jungs mal kennengelernt. So ein paar dann schon mal kennengelernt, ja. Hast du mit denen einen gemacht. Okay, geil, ja. Aber ich meine, natürlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Rückschritt war. Gut, wenn du die liegen siehst, wahrscheinlich schon, ja. Aber du hast ja jetzt auch eine ganz andere Rolle, glaube ich, in Zimmern, ne? Klar, auf jeden Fall. Einfach Führungsspieler, gehst voran und das heißt ja nicht, dass du irgendwie die Handballschuhe an den Nagel hängst oder so. Nee, nee, auf keinen Fall. Und wenn es jetzt hochgeht in die Landesliga, wenn er das hinkriegt, dann bist du auch wieder in der Landesliga. Und umso schöner, dass es dann mit dem Heimatverein geklappt hat. Klar, auf jeden Fall. Also das wäre natürlich dann der Traum. Das stimmt, ja. Gut, jetzt kommen wir dann mal zur berühmt-berüchtigten Rubrik Top 7. Du bist vorbereitet. Ich habe mir Gedanken gemacht. Du hast dir Gedanken gemacht. Also ich sage die Position, du nennst den Spieler. Und nochmal anzumerken, das muss jetzt nicht immer der beste Spieler sein, mit dem du da auf der Position zusammengespielt hast. Sondern vielleicht auch einfach, weil es irgendeine lustige Geschichte zu ihm gibt oder sonst irgendwas. Ja, ich bin gespannt. Du nennst dann den Namen, dann ein, zwei Sätze dazu. Und genau, wen stellst du denn im Tor auf? Da habe ich ein bisschen überlegt. Also ich hatte ja immer schon den Max vorhin gehabt in der Folge, der gerade bei uns im Tor steht. Oder der Hilde jetzt von Niederroden. Ich habe mich dann aber für meinen Vater entschieden, Matthias Göbel. Ja, der hat jahrelang im Tor gestanden hier in Zimmern. Wir haben es leider nie gepackt, in einem Saisonspiel zusammen zu spielen. Da muss ich jetzt so ein bisschen das Hintergrund schon benutzen. Also er hat, das darf die Mutter nicht hören, hat mal im Training ausgeholfen. Also ich habe quasi mit ihm zusammengespielt. Nee, einfach, ja, natürlich ein wichtiger, wichtiger Mensch in meinem Leben, der auch da viel im Handball für mich ja auch dann so getan hat. Hat dich wahrscheinlich auch zum Handball gebracht, oder? Ja, also ich hatte erst mal Fußball gespielt. Das hat er weggesteckt. Und dann war er natürlich umso glücklicher, dass ich dann den richtigen Weg gefunden habe. Ja, hatte dann, das war tatsächlich ehrlich, das war in der ersten Saison, wo ich nicht mehr in Zimmern war. Da wollte ich mir dann mal ein Spiel angucken von Jungs aus Zimmern. Und dann, das war auswärts, sind wir nach Karl gefahren. Wir waren erst in der falschen Halle und dann gucke ich so aufs Handy. Und dann, ja, ich sage zu Freunden, ich sage, guck mal, ihr habt einen Fehler gemacht. Das ist jetzt, dass der Vater eingewechselt ist. Das ist kein Fehler. In Fehler, keine Ahnung. Wir kommen in die Halle rein, alle gucken mich an. Guck mal, guck mal, wer im Tor steht. Nicht so. Was ist denn da los? Hatten wir nur einen Torwart dabei, der ist umgeknickt. Und da war mein Vater im Tor. Krass, ey. Das war verrückt. Das wäre es ja gewesen, wenn du dann noch dort gewesen wärst. Ja, wäre natürlich cool gewesen, aber gut. Ja gut, und jetzt kannst du da vielleicht nochmal ein Comeback geben jetzt irgendwann, falls mal alle Torhüter umknicken. Boah, ähm, für, falls die Mutter zuhört, nein, auf gar keinen Fall. Vielleicht, nein, ich, äh. Ist deine Mutter so? Nein, die hat da, die macht sich dann natürlich halt Sorgen, ne. Der Vater wird jetzt, der wird 60 dies Jahr. Und dann, wenn dann da halt manche Leute draufwerfen oder das, zum Beispiel, da macht sich dann die Frau natürlich ein bisschen Gedanken drum. Im Endeffekt, wenn er es will, dann kann er es gerne nochmal machen. Mich würde es natürlich freuen, aber. Ja, ich glaube, bei uns in der Familie wäre das, glaube ich, ähnlich. Wenn der Vater jetzt nochmal sagen würde, er schnürt nochmal die Handballschuhe, der ist, gut, der war damals immer ein bisschen impulsiv auf dem Feld, sage ich mal. Und ab und zu hat es dann auch mal geknallt und das hat die Mutter dann immer nicht ganz gut vertragen. Ja, eben. Und ich glaube, ich glaube, es ist auch besser, wenn er das dabei belässt. Weil er ist wirklich so tief und entspannt geworden mittlerweile. Gut, ich muss sagen, mein Vater, der ist auch noch als Betreuer jetzt dabei, also er ist auch noch viel um uns rum und er ist unser Mannschaftsmetzger, Mütternet genannt, weil er ist tatsächlich Metzger. Und wir machen immer donnerstags mal was zu essen nach dem Training, wenn jemand Geburtstag hatte oder so und dann ist er natürlich da hoch im Kurs bei allen. Und ja, also deswegen ist er ein wichtiger Bestandteil. Ist ja trotzdem immer dabei, ja. Gut. Links außen? Links außen, da gehe ich jetzt quasi an die aktive Mannschaft von uns und nehme den Nils Hohlmann. Ja, einfach auch, also nicht nur handballerisch, wo er wirklich alles drauf hat auch, also auch mit Drehern und was weiß ich. Ohne Harz. Ohne Harz, wo ich sowieso dran verzweifle. Ich kann so einen leichten Gegendreher so beim 7 Meter, der Ball wird zwar auch ohne reingehen, aber er hat sich ein bisschen bewegt. Nee, und auch, es gab Zeiten, da hat er, glaube ich, die meisten Kreisanspiele gehabt von außen. Von links außen? Also, nee, einfach auch Spielwitz, manchmal natürlich nicht zum Erfreuden des Trainers, wenn da mal was nicht direkt klappt, aber auch menschlich oder auch, wenn man mal jetzt auf die dritte Halbzeit geht, an der Bar auch immer mit dabei, immer gut. Gute Performance. Also, da kann man sich nicht beschweren. Diese dritte Halbzeit, die nimmt auch einen großen Teil dieser Rubrik ein, muss ich sagen. Also, viele werden aufgestellt, auch einfach, weil die Performance nach dem Spiel einfach so gut ist. Ja, ich muss sagen, meine Mannschaft, die ist da, die ist eigentlich durch die Bank weg gut, muss ich sagen. Ja, bist du zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Ich bin total unzufrieden bei uns, muss ich sagen. Ja? Ja. Das sind alles, ich weiß nicht. Ich meine, natürlich, jetzt mal ernst gemeint, also die sind da super professionell und professioneller, als sie es theoretisch sein müssten. Ja, klar, gut, ist ja auch in Ordnung. Aber der harte Kern trinkt dann auch mal ein Bierchen oder zwei nach dem Spiel. Gut, Rückraum links. Rückraum links, da gehen wir mit dem Rondo mit Daniel Römer, auch aus der aktuellen Mannschaft. Zurzeit leider mit der Schulter ein bisschen raus. Ja, aber einfach auch, der war auch seit Anfang an dann da. Seitdem ich auch da bin, ist jetzt einer meiner besten Freunde geworden. Und wie kommt der Spitzname Rondo zustande? Das wussten wir jahrelang auch nicht. Wir haben ihn dann irgendwann mal gefragt und dann hat er gemeint, dass das eine lange, lustige Geschichte ist. Ende von der Geschichte war, den hat er halt irgendwo anders mal bekommen. Da haben wir alle da gesagt, oh Mann ey, das war wirklich eine tolle Geschichte jetzt. Genau so einen Moment hatte ich auch schon mal, da habe ich in Großweilstadt gespielt. Mit dem David Wucherfennig zusammen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Klar, der kommt auch raus zu machen. Genau, ein David Wucherfennig und der wird Multi genannt. Multi ist sein Spitzname. Alles klar. Ja, und irgendwann, wir wussten es auch nicht, und irgendwann haben wir mal gefragt, hier David, oder Multi, warum heißt nur eigentlich Multi? Und dann hat er auch gesagt, Jungs, das ist so eine lange Geschichte. Ja, wir haben Zeit, erzähl sie. Und dann, ungelogen war die Geschichte in zehn Sekunden erzählt und es war überhaupt keine lange Geschichte. Also Multi, wenn du das hörst, liebe Grüße. Die Geschichte war so langweilig, dass ich sie auch schon wieder vergessen habe. Naja, gut, dann. Aber im Endeffekt ist was hängen geblieben. Ja, genau. Aber auch verrückt, ne? Also die Leute haben Spitznamen und die werden halt einfach so übernommen, auch wenn man gar nicht weiß, woher sie kommen. Ja. Rückraummitte, wen hast du da? Rückraummitte, da gehe ich mit Robin Göbel, Handballgott, mein Abendsvetter. Ja, nicht verwandt, aber auch in den Zimmern ein Urgestein, hat auch, weiß gar nicht wo, in Dings, in Rodenstein auch schon gespielt und auch da ein bisschen höher mitgemacht und einfach auch ein echt guter Handballer. Robin Göbel, der Name, ich überlege gerade. Kennst du auf jeden Fall. Vom Sehen her klinge ich den bestimmt, ne? Ja, ein bisschen kleiner, aber nicht schwächer deswegen und einfach auch. Ja, ne, der Name sagt mir auf jeden Fall was. Vom Gesicht her kenne ich eh immer, also denke ich mir dann auch immer, ach klar kenne ich den. Gut, Rückraum rechts. Ja, Rückraum rechts, da nehme ich auch wieder ein kleines Hintertürchen. Es war kein Saisonspiel, aber es war ein Vorbereitungsspiel. Also wir haben zusammen gespielt, den Dennis Vogel. Den kenne ich auch. Den kennst du auf jeden Fall. Der hat früher auch oft in, er hat in Rheinheim, müsste er da in der Oberliga-Mannschaft, wenn mich nicht alles täuscht, auch viel gespielt haben. Und ja, auch quasi ja für mich jemand, der quasi auch als Rechtshändler die Halbrechte bespielt, so ein bisschen auch jemand, von dem man sich was abgucken konnte. Ja, Dennis Vogel, da ist er doch. Ja, klar kenne ich den. Ja. Gut, jetzt muss ich das Handy wieder weglegen, so Multitasking ist schwierig. Nee, aber ja, Dennis Vogel und genauso wie bis jetzt alle in meiner Top 7, alles auch gute Leute zum Feiern danach. Bist du ein Partygänger? Ja, du machst so einen ruhigen... Ich mache einen ruhigen Eindruck, ja. Du machst so einen ruhigen Eindruck. Auch, wir dringen auch ganz gerne mal ein, ich gehe nicht so in Clubs, bin eher so der Bargänger, also ganz entspannt, ganz viel Bier. So nach dem Spiel, Bierchen und dann noch der Schnaps aus Schank, das ist doch... Da dann alles mitnehmen, ich brauche jetzt nicht unbedingt die laute Musik und was weiß ich, aber... Man soll sich schon nur unterhalten. Ja, sehe ich auch so. Gut, rechts außen. Rechts außen, da nehme ich den Max Senk, auch jetzt quasi aus der aktuellen Mannschaft, leider mit dem Kreuzbandriss, auch jetzt erstmal ausgeschaltet. Gute Ressourgung an der Stelle. Aber auch ein treffsicherer rechts außen, wenn er... Rechts oder links hand. Linkshänder, Linkshänder. Nee, und deswegen auch, wenn er dann mal einen Ball bekommen hat, was nicht immer so oft passiert ist bei uns, dann hat er die auch gemacht, wenn er den Druck bekommen hat und einfach auch, der muss in die Top 7, weil der ist ein Organisationsmonster. Der organisiert alles und so jemanden braucht man einfach. Von Mannschaftsabend bis Mallorca. Ja, der ist alles, der kriegt alles hin. Sehr gut. Max, wenn du es hörst. Kompliment. Kompliment. Solche Leute braucht man, ja. Es bleibt immer an den gleichen hängen, das weiß man dann, aber wenn es gut werden soll, dann muss man es halt selber machen. Apropos organisieren, habt ihr schon ein Datum für Mallorca? Wir haben ein Datum auf jeden Fall, ich habe auch schon Urlaub. Wann fliegt ihr denn? Da muss ich jetzt nachgucken. Jetzt muss er nachgucken, ja. Ich meine, du hast ja Urlaub genommen, das musst du auch wissen, Junge. Ja, das kommt ja dann, das ist ja dann erstmal safe, das ist dann erstmal das Wichtigste. Ich denke mal, wir fliegen relativ zeitig nach der Saison, ich glaube, wir machen ein Wochenende dazwischen, weil da Feiertag ist. Ich weiß gar nicht, spielen wir länger als ihr? Ich glaube schon. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ja, ja, jetzt natürlich ist es top für einen Podcast hier auf dem Handy rumgesuche. So, es ist, glaube ich, hier 23. bis 26.05. Aha, okay. Gut, dann verpassen wir uns auf jeden Fall. Wir haben nämlich zwei Termine, ob wir es noch in die Aufstiegsrunde schaffen oder nicht. Ich meine, 31.05. und irgendwann Ende Juni. Mal gucken, ja. Aber Stand jetzt, ich meine, Stand jetzt qualifizieren wir uns ja nicht und dann ist es der 31.05. Verpassen wir uns knapp, ja. Vielleicht verpasst ja einer seinen Flug und dann bleibt man noch länger dort. Ganz aus Versehen, mal einen Flug verpassen. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, am Kreis. Genau, jetzt müsste der Kreis kommen. Da werde ich den Stefan Wilde hinstellen. Ach ja, okay. Der Mann, der schon wie oft, weiß ich gar nicht, wie oft der die Karriere eigentlich schon beendet hat. Auch jetzt gerade, wie der bei uns in der Halle rumrennt, sind natürlich froh, wenn er da ist. Und einfach auch schon seit Jahren wirklich auf einem wirklich topen Niveau, der sich immer noch in der Halle bewegt, wo sich manche fragen, wie geht das? Aber er kann es einfach. Er kann es nicht ganz lassen, der Handball. Gut, ich meine immer diese, wenn man da schön zelebriert wird und Karriere Ende und hier und da. Aber das gibt es jetzt wahrscheinlich nicht mehr, nachdem er das sechste Mal dann die Karriere beendet hat. Nee, nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal auch noch mal mitgemacht haben. Das ist dann auch immer. Aber ich glaube, damit kommt er dann auch klar. Ja, also er macht das, er kommt, wir sind ja froh, wenn er vorbeikommt. Ja, gut. Ich meine, der hat ja auch meines Wissens nach auch Drittliga gespielt, in Niederoden damals, glaube ich. Ich glaube, er war da mit dabei, ja. Ja, also gut. Christo, wir haben jetzt auch schon fast 50 Minuten rum. Ich bedanke mich bei dir erstmal für die Top 7, aber auch hier für das tolle Gespräch an diesem Mittwochabend. Euch viel Erfolg weiterhin. Dir viel Erfolg. Bleibt gesund. Und vielleicht schaffe ich es ja in die Halle, dann gegen Haibach. Das Spiel würde ich mir ganz gerne anschauen. Und ja, ich drücke euch die Daumen. Damit kommen wir zum Ende. Das war Folge 57 von Kabinengeflüster, präsentiert von Green Monkey. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.